Mahlzeit Leute, Riccardo. Nicht wundern, ich filme heute von meinem Handy aus, weil ich zurzeit an meinen Laptop nicht ankomme. Ist aber auch nicht schlimm. Das hier ist ein kurzes Informationsvideo bzw. ein Hinweis oder ein Shoutout auf einen anderen Kanal. Und zwar möchte ich euch etwas ans Herz legen. Und zwar Jurassic Park The Novel. Jurassic Park The Novel ist ein Projekt, möchte ich mal sagen, von einem Kanal, der nennt sich InGen Corporation, von einem Samurais. Und er hat es sich zur Aufgabe gemacht, bzw. diese Aufgabe ist schon bereits abgeschlossen, Jurassic Park The Novel als Hörspiel auf YouTube zur Verfügung zu stellen. Das ist ein Projekt gewesen mit ganz vielen Leuten, die halt die Synchronsprecher sind, unter anderem auch mich. Oder Slay McRoss, macht auch mit. Und heute ist der 1. März und heute ist die erste Folge von Jurassic Park The Novel online gegangen. Und zwar handelt es sich um den Prolog und das ist irgendwie so, das erste geht so 10 Minuten. Und ich möchte euch dieses Projekt, Jurassic Park The Novel, ans Herz legen. Schaut es euch mal an. Ich werde euch den Kanal irgendwo unten mal verlinken. Guckt es euch an. Es ist auf jeden Fall, muss ich sagen, besser geworden, als wie ich gedacht hätte. Und es ist auf jeden Fall richtig gut gemacht. Also es ist nicht einfach nur, dass es jetzt von den verschiedenen Stimmen, die die verschiedenen Leute synchronisieren, gesprochen, sondern es ist richtig mit Musik, mit Soundeffekten im Vordergrund, im Hintergrund. Also wie ein richtiges Hörspiel gemacht. Sehr, sehr geil geworden, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie viele Teile es letztendlich werden. Keine Ahnung, aber wenn das immer in so einem 10 Minuten Rhythmus weitergeht, wird das auf jeden Fall verdammt lange und verdammt viel werden, denke ich. Auf jeden Fall, die ersten 10 Minuten der Prolog hören sich schon richtig gut an. Und das möchte ich euch ans Herz legen, dass ihr das, wenn ihr da wirklich mal Bock drauf habt, euch das mal reinzieht. Wie gesagt, InGen Corporation Kanal verlinke ich für euch unten. Schaut mal rein, wenn es euch gefällt, dann lasst ein Abo da. Ist auf jeden Fall richtig gut gemacht. Und wie gesagt, ich bin da im ersten Teil, ist noch nichts zu hören. Ich spreche den sogenannten Henry Wu oder Wu. Und naja, auf jeden Fall, guckt rein, wenn ihr Bock drauf habt. Hört mal an, gebt dem Projekt eine Chance. Ist richtig, richtig gut geworden. Und dann wünsche ich euch viel Spaß damit. Und dann würde ich sagen, Leute, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.